ja hallo und herzlich willkommen zur reinen folgenbestimmung der steinerei filme wir haben ja 18 einreichungen bekommen für die diesjährige steinerei ihr seht die zugehörigen poster schon bei uns im hintergrund hier und jetzt ist es soweit und ich habe zwei glücksfeen hier sitzen die uns heute die die aus die mir bei der auslosung helfen noch ein bisschen was zur zum zum ablauf im vorfeld haben die brick filmer sich gegenseitig im esc stil bewertet also eine liste erstellt und punkte vergeben zehn zwölf zehn acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins daraus ist eine 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 liste entstanden und die top 12 wurde jetzt hier in diesen in diesem kopf schon reingegeben und laut reglement ist noch ein 13 film dazu gekommen der leider nicht genug punkte gesammelt hat aber einen unserer wort steine bekommt also sind jetzt 13 filme drin und jetzt geht es um die auslösung bitteschön der erste darf anfangen ich hab nicht meine hand drin ja wohl mal ein raps und es ist ja sag 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 es ist red jackson mit das schicksal der wahren grüß sehr gut hier da sieht er dieser film ok weiter geht es weiter geht es nicht so viel zeit nummer zwei leute warten sind schon gespannt ist kann film ein ganz normaler tag eine welt mit wahren kommt ich sitze genau dahinter von youtube so wie animations ist es genau dahinter der nächste film ist der antagonist wenn die politik versagt werden wir die erde retten film nummer fünf film nummer fünf kommt jetzt es ist viel mühe productions mit und den titel kannst du selbst lesen über gott und die welt mit wahre größe ich glaube ich könnte mir vorstellen dass das plakat abgeschnitten ist aber an der steinerei kann man sich angucken ja schreibt mir den kommentar da ober waagboss epic tolls metal legend of ancient frog wer es nicht verstanden hat hier ist es so weiter geht es auf der anderen seite ich lese es noch mal vor die bricks in motion gang mit reise zum berg peak oder journey to mount gipfel sie auf der seite die welt film mit das märchen des maßenlosen schlosses ich kann es von hier auch schon lesen ich kann es von hier auch schon lesen film nummer neun fertig wo ist der vertical file productions mit who is the greatest of them all rick storming mit lampe 5 ist genau nicht dahinter dafür sind wir in der richtigen reihe und die tun das ist da komm 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 lies vor lies vor lies vor oh ich kann es euch leider in die hohe reden aber es ist der da oben so der nächste ist jetko krise oh das war der siebzehnte film das hier ist der letzte film so das waren die 13 final filme die anderen fünf verbleibenden filme werden natürlich auch in voller länge gezeigt und die kriegen natürlich auch eine auslosung in welcher reihenfolge bitteschön bitteschön der einbruch der schwarze monat der schwarze monat themen themen den russ und quackpahn 2 poli ag ja und letztes oli ag schon wieder gabauer haven 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 und muss es jetzt noch ein film geben und welcher könnte das sein wer schließe keine sache größere kleine sache große wirkung von akoria's animations und das warte das war es auch schon wieder seid ihr sicher ist nicht nur einer drin nee nee alles leer alles klar so jetzt wisst ihr bescheid und ähm jetzt kommen wir aber zu der wichtigsten sache wer kriegt den welcher film kriegt den stein das werden wir am 10 juni sehen ne bist du da ich bin da du bist du da ja ich werde auch da sein wir sehen uns tschüss sehr gut die freunde kommen auch mit tschüss 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 tschüss